Sandra, die FIBO, eine Riesenmesse, auf der auch ihr einen Stand habt und aktiv seid. Was für eine Rolle spielt die FIBO in eurem Geschäftsjahr, in euren Geschäftsplanungen? Die FIBO ist für uns eine der größten und wichtigsten Veranstaltungen, die die Branche mit sich bringen. Wir haben die Möglichkeit hier auf Geschäftspartner, Interessenten, Kontakte aus der ganzen Welt zu treffen. Wir treffen auf Bestandskunden, mit denen wir uns austauschen können zu aktuellen Themen. Wir treffen auf potenzielle Interessenten, die sagen, Mensch, wir haben schon so viel über euch gehört, lass uns doch mal unterhalten. Für uns ist die FIBO undenkbar, wenn sie nicht mehr da wäre. Es ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Instrument, unser Geschäft auf dem Markt weiter zu verbreiten. Die ersten beiden Tage, die wir hinter uns gebracht haben, waren großartig. Wir hatten tolle Gespräche, wir haben tolle Menschen bei uns hier am Stand gehabt. Wir freuen uns einfach, dass wir wieder dabei sein können und sehen können, wie die FIBO auch wächst und sich weiter ausbreitet.